Musik 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 Ja klar Lalalalala, jetzt müssen wir nachgehen Warte, wir müssen den Schalter noch umlegen, gut Musik All right, there's your light, my light. That's new. There he is. Sorin hat his fortress deep inside the mountains. After the Order broke up, that's where he went to keep doing his experiments. Look, he invited me there a couple times, but it always seemed a little weird, right? It always seemed a little weird. Glad we can agree on that at any rate. Let's stop hanging around here and go get us some super tea. Whoa. It didn't do that before. Are you sure it's working? Who is that? Oh, no. That's Ivor! Ivor is going to Sorin's. We need to move. It's not too far. We could probably make it on foot. Righteous. We'll get some rest and head out first thing in the morning, avoiding all the... No time. Monsters. If you had seen that monster, you wouldn't be saying that. We need to leave. Now. I think it's following us, Magnus. And I don't want to risk it catching up with us. We have to go. Now. Yeah, I don't want the Witherstorm catching up with us. We should go now. An excellent call, Jesse. And far more decisive than either of us are being. What a coincidence, that it's your plan. But fine. Boah, da macht man sich mal so viele Feinde mit mit solchen Sachen, ey. Boah. Das ist schlimm. Und ab geht's in die tiefe Nacht. Mit unseren sechs Freunden, sieben Freunden, natürlich. Let's get moving. Sind sogar acht. Yo. We haven't really gotten a chance to chat yet. Oh, hello. Gabe over there says you saved him from this Witherstorm thing. You're pretty tough, huh? A regular Iron Golem, huh? Leaving the Creepers quaking in their boots. I'm just doing my best to keep everyone safe. Humility. Nice. I can dig it. Kinda wish you had my back before. But whatever. Still seem alright. Ish. Ja, tut mir leid, aber es war schauber. Tch. Can't tell if he's awesome or a little bit of a dork. Ein wenig schräg, hier. He's just a little, uh, doofy, you know? He's like a little puppy. You don't know whether you wanna hug it or just walk away. Yeah, he's kind of a jerk sometimes. But he's our jerk, you know? Can't help him like him. Interesting. Very interesting. Then why didn't you listen to his plan to come get me? Was I just not your cup of tea or didn't think you could handle it? Hmm. I do have that effect on people sometimes. I don't know, I just wanted to go with Olivia instead, I guess. Aha, aha. I guess that's fair. Sort of. Hehehe. I'll try not to let here my feelings too much. Well, just keep on your toes. Ja, wie plötzlich aus allen verdammten Ecken irgendwelche Monster rauskommen. Klar. Logisch. Was ist die Hauptsache? We'll catch all that out later, because we got some Monsters to fight here, people. Wie man aus dem Stein speit, das Gerät gleich kaputt. Ach. Nein, wir müssen irgendeinen Monster töten. Ja, und dann schon mal weg. Der Linke kommt das aber auch verdammt nah. Okay, jetzt geht's. Der hält besser aus als die anderen. So, der ist schon mal weg. Mann, ich miss' Daytime. Wie weit ist das, Oren? Es kann nicht viel weiter sein. Nicht viel weiter sein, wir können es machen. Da sind zumindest schon mal Berge, aber wie wollen wir da hochkommen? Wir müssen eh außenrum laufen. Ja, das Schweinchen ist schon oben. Wow. So, das wird nicht gut. Ich glaube, da wird nur irgendwas passieren. Nicht gut nach unten zu gucken, wenn man über solche Schluchten springt. S, A, S, 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 A. Oh Gott. Oh Gott, wie der Kuh drücken. Wie so ein verrückter, ey. Meine Hand. Jesse, bist du okay? Das war verrückt. Sieht, wie Ruben auch so glaubt. Und das war sehr nah. Ich dachte, ich würde es nicht machen. Ich würde dich vielleicht jetzt nicht angucken. Ich bin glücklich, dass wir es geschafft haben. Es sieht schwer da unten. So, jetzt weiter geht's, Leute. Wir müssen hier rauskommen. Olivia und die anderen haben bereits vorgegangen. Haben nicht den ganzen Tag Zeit. Wow. Diese Architektur ist... ...ingredibel. Sieht, die anderen haben bereits übergegangen. Ich glaube, wir müssen besser aufhören. Jetzt kommt da bestimmt gar nicht irgendein Viech. Ich bin ruhig. Es ist nur ein punktliches Gebäude. Das ist alles, was ich sage. Ich meine, schau an... Madness, mit einem Artist-Famil in deinem Gehirn. Das ist es. Ich gehe jetzt. Wenn es mir geht, wenn es mir geht, um alles anzunehmen, ich will diesen Super-TNT selbst finden. Oh nein, nein, nein. Du bist nicht derjenige, der wegkommt. Das ist es. Ich gehe. See? Ich gehe jetzt weg. Super-TNT, hier bin ich. Es ist schwer, zu wählen, wenn sie immer wieder aufhören. Und ich dachte, sie waren so gut. Ja, ich würde nicht so weit gehen. Dichern ist ein bisschen der Deal. Aber hoffentlich werden sie alles ausprobieren und mit den wichtigsten Sachen. werden sie eh nicht. Was werden wir jetzt tun? Wo müssen wir gehen? Let's figure it out. Hey, Jesse? Ja? Es ist Gabriel. Er... Ich weiß nicht, er sieht nicht richtig aus. Ich habe ihn versucht, aber... Vielleicht wird er mit dir sprechen? Vielleicht spricht er mit euch. Okay. Warte, mit dem quatschen wir später. Ich will mal hier kurz mit Axel reden. Let them meet. Wenn sie eine Statue von mir gemacht haben, würde ich diese Position nicht wählen. Ich würde so sehen. Grinsen nicht so. Das sieht dumm aus. Nicht so gut, glaube ich. Ah, Lukas, sie ist ja genau. Genau, jetzt weiß ich sie. Ei, ei, ei. Was mir immer so alles entfällt, Leute. Tja, dann unterhalten wir uns gerade noch mal ganz kurz mit dem lieben, äh, Gabriel. Weil ihm geht es nämlich nicht gut. Das habe ich eben schon gesehen. Hallo, Jesse. Du, okay? Gabriel, bist du okay? Ich weiß, es ist nicht die beste Zeit und ich möchte dich nicht überraschen. Aber es gibt etwas, was ich mit dir mit dir in privaten, Jesse diskutieren würde. Aber wir müssen uns mit dir aufhören. Oh, oh. Oh. Ich bin sicher, dass sie zuerst aufhören ist riesig. Aber ich muss mit dir sprechen, um ein privater Wettbewerb. Das ist nicht das einfachste, was zu bringen. Hey, was es ist, ich glaube, dass ich dich aufhören. Aber du kannst mir sagen. Danke, dass du so verstanden bist. Ich bin so glücklich, dass meine alten Freunde wieder wiedersehen. Ich will nicht mit dem Verlust. Was? Du hast vielleicht geschafft, mich aus dem Wither-Storm zu entfernen. Aber ich habe Angst, dass es schon zu früh war. Ich habe es nicht lange nachdem, dass du mich schaffst. Was ist das? Was ist mit deinem Arm? Sag mir. Du wissen, was Wither ist? Wither? Natürlich, wir haben... Nein, nur Wither. Oder Wither-Sickness, um zu sagen. Es ist etwas, was ich vorher schon in meinen Reisen habe. Aber es ist immer wieder aufgefallen. Es scheint, dass Ivor's Monster exudes eine Wither-Sickness, die deutlich besser ist. Fertig. Wir gehen zurück und erzählen den anderen, dass wir Hilfe bekommen können. Nein, Jesse. Du kannst niemandem darüber erzählen. Oh, oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich muss irgendwas drücken, das war klar. Alle schon mal gedrückt halten. Oh nein. So, jetzt müssen wir uns hier alleine rumschlagen. Erstmal sammeln wir das Amulett auf. Am besten so, dass du nicht über diese Kante da fällst, Kollege. So, kann man hier auch runterfallen? Kann man jetzt. Okay, dann ist gut. Da muss ich keine Angst vor haben. Zumindest ist es immer hell. Das ist schön. Es leuchtet. Es leuchtet. Es leuchtet. So süß und so blau. Äh, geht's da lang? Da geht's lang. Hoffentlich sieht man irgendwas bei eurem Bildschirm. Dann müsst ihr eben ein bisschen heller stehen. Es tut mir leid. Ich sehe nämlich gerade selbst ein bisschen wenig. Aber natürlich versuche ich mein Bestes, um hier durchzukommen. Das ist ein total wie hinter der langen Weg. Wozu ist denn hier so ein langer Weg? Ich glaube, jetzt ist Ende. Hm, geradeaus gehen. Kann man auch links gehen? Glaub ich nicht. Uh. Eine unglaublich große Bibliothek. Und jetzt muss ich hier rumlaufen, oder wat? Kann das hier irgendjemand anderes so machen? Wo soll ich denn hin? Hab ich ja ne Ahnung, hallo. Kann man sich hier irgendwas angucken? Also da ist schon mal ein Amulett. Das sieht man schon mal. Da geht's hoch. Gehen wir da hoch kurz. Kannste da eingehen. Ich glaub das ist Evo. Ich glaub das ist Evo. Ich glaub das ist Evo. Das ist ein super TNT. Wir werden deinen Witherstorm runternehmen. Wir werden deine Witherstorm runternehmen. Die Ordnung? Haha. Believe mir. Das Plan wird in ihren Fällen zerbrechen. In mehr Fällen als einer. Die können dir nicht helfen. Aber ich? Ich wähle nicht zu. Aber ich? Aus meiner Weg. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, aber ich... Stop da gleich da, Evo! Gabriel! Du bist hier! All dein Bestes Efforts Evo! Psst! Es wird nichts bringen. Du siehst die Gefühle, die in meiner Geschichte sind. Bleib und kämpfe, ihr Kumpel! Token. Geh hin und schlag ihn Einfach irgendwie schlag Geh hin und schlag ihn Geh hin 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 Geh zurück Geh hin Geh hin popping Ich muss irgendwas drücken. Ich glaube, er ist gleich fertig. Ich komme zurück. Magnus und Illegard denken, dass sie mich verhindern können. Dass sie den Widersturm zerstören können. Sie sind verstanden. Das kostet ihnen ihre Leben. Ich bin gespannt. Sie finden eine Chance aus diesem dunklen Baum. Ist es eine Chance, um zu kümmern Gabriel's Widersturm? Sie finden eine Chance, um die Widersturm zu schützen? Oder bleiben sie, als sie die Rampage weiterentwickeln? In der ganzen Welt? Nur Zeit wird sagen. Ich bin gespannt. Haben auf den Gast geschossen. Okay, ja. Gekrafted gestohlen. Ja. Ja klar, das ist ja normal. Ja. Hätte ich gemacht. So, The Lamb. Aktualisieren, hä? Wow, das hat sie ja gebracht. So. Dann schauen wir uns das jetzt nochmal an und wünsche euch auf jeden Fall einen schönen restlichen Tag. Und ich hoffe, euch hat diese Episode genauso gefallen wie die erste. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und ich hoffe, ich habe so viel geredet wie möglich, weil es ist bei diesem Let's Play insgesamt ein bisschen schwerer zu reden. Ist mir mal so aufgefallen. Weil die halt viel quatschen und man eben nicht so dazwischen quatschen will. Und ja, sonst versteht man wieder alles nach. Ist schwierig, sich auf zwei Teste zu vorbereiten. Also jetzt habe ich den Talienbogen zerstört. Sich auf zwei Texte zu konzentrieren. Jetzt habe ich sie. Naja, auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Episode von Minecraft Story Mode. Jo, und wir schauen uns hier noch diese netten Kollegchen an. Fernd Heinz. Heinz, geiler Name. Ähm, naja. Man sieht sich auf jeden Fall. Und macht's gut. Ciao. Im Fahrt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020